hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos ja ich habe zwischen den folgen noch einen tintenfisch gefunden und gekillt der hat mir zwei inksex gegeben und wir ich habe mir den growth accelerator mittels creative mode noch mal zurückgeholt denn der ist ja letztes mal auf mysteriöse art und weise leider verschwunden und den habe ich mir zurückgeholt weil der war ja nicht ganz billig so dann setze ich hier noch darunter und jetzt heißt warten jetzt ist es schon dieses kleine feld schon fast voll mit growth accelerators ich glaube einen können wir uns sogar noch machen weil ich noch ein paar essenzen bekommen habe schauen wir mal growth accelerator können wir noch ein machen ach so da brauchen wir noch ein paar blöcke ja gut aber ich würde mir gerne das armored jetpack machen armored jetpack dafür fehlt uns zum einen das jetpack dafür fehlt uns ein block of steel den wir aber ganz leicht machen können jawohl einen block of steel dann fehlt uns ein bisschen bronze das machen wir indem wir das herstellen haben wir das nein haben wir nicht wir brauchen ein kopper ingots und hin glaube ich war das hin ihr wollt hin so und wir haben das damals schnell durch jawohl sie noch alles eingestellt haben wir da ein bisschen was durch sollte ja nicht allzu langsam gehen so wir können da aber auch das ausschalten und das da einschalten dann können wir dann können wir das was wollte ich das wollte ich da die hälfte da brauchen wir nur ein viertel das wollte ich da reinhauen gut den rest stecken wir alles wieder zurück ah und wir können uns jetzt den letzten drei cluster machen sich hier jawohl der letzte cluster und jetzt brauchen wir die da sieht dazu brauchen wir ui tier 2 ok sollten wir aber hinkriegen dazu brauchen wir mal das hier natürlich in ferium dazu kraften wir den blog mal ganz schnell zurück dann da können wir uns herstellen dann brauchen wir die tier 1 kraften sieht jawohl können wir auch herstellen dann brauchen wir ein bisschen was von dem hier zack crystal zack 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 da müssen wir warten bis wir das ganze bis wir noch ein bisschen mehr essenz haben leider ist da schon was gewachsen ne aber es wächst relativ gut eigentlich muss ich schon sagen kann man sich jetzt nicht beklagen so die potatoes wollte ich noch mal schnell in den ofen stecken dann haben wir hier schon ein bisschen was ran die können wir mal direkt zu bronze dass kraften so zack haben wir 20 branche dass das sollte auf jeden fall dann auch schon reichen dann schmelzen wir das auch mal ganz schnell durch die potatoes sind gerade fertig geworden sehe ich ja wohl jetzt haben wir auch ein bisschen mehr essen ein bronze waren zweiter jetzt müssen wir noch zwei die es durch hauen zwei die manchen jawollo einmal und noch einen zack wir können dann auch direkt mal schauen dass der pulver reiser aber so was der digital miner so geholt hat so was sollte ich jetzt machen genau die wollte ich dadurch jagen einmal zweimal und dann sollten wir uns das arme jetpack eigentlich schon kraften können soweit ich das gesehen habe so zack zack dann hierhin jetpack und wo ist mein jetpack alles habe ich gerade an oder nee nee soll ich da wahrscheinlich eingelegt jetpack genau setzen wir drunter und wir haben arme jetpack das bringt uns jetzt rüstung schaut mal auf die rüstung punkte ja die sind jetzt voll das bringt uns verdammt gute rüstung gut denn vorher hatten wir ja immer die wahl zwischen jetpack und brustplatte jetzt haben wir beides genau so noch eine eisenessenz abgestaubt können wir ruhig hier reinlegen zack senzen haben wir schon wieder acht jawohl da können wir uns sogar sechs eisen machen jawohl so wir schauen mal ganz kurz zu unserem digital miner nach hinten beziehungsweise wenn er noch da ist vielleicht hat er sich ja schon wieder degeneriert sage ich jetzt mal degeneriert denn der hatte ja so die angewohnheit dass er einfach verschwindet ohne ich weiß ja nicht warum das ganze so ist ah nee okay jetzt ist er da sehr gut also er ist nicht verschwunden wir schauen mal kurz rein was da alles drinnen liegt das sollte ja schon einiges und zeugs drinnen liegen schau mal er hat keinen strom halleluja okay das sind die upgrades zu viel auf jeden fall dann holen wir das mal schnell raus nehmen wir zwei upgrades raus ja jetzt geht der strom auf jeden fall wieder nach oben okay gut haben wir zu viele upgrades rein gehören gut sehr gut haben wir das auch erledigt gut jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten okay ich habe wieder mal nicht den timer gestellt wird eine xxl folge also von jetzt an noch zehn minuten zirka gut jetzt haben wir das arme jetpack auch schon fertig gemacht das ist sehr gut denn jetzt fliegen war auch immer mit voller rüstung durch die gegend was können wir noch machen genau wir können schauen ob wir uns eine farming station herstellen können das hätte ich noch ganz gern geschaut eine farming station schauen wir mal was brauchen wir dafür alles eigentlich farming station das da ok den da und das stellen wir in slice and spice her slice and spice ja was gut wir brauchen schere axt und das hier ich glaube das ist das hauptproblem gewesen dass wir diesen nicht herstellen konnten und den können wir jetzt herstellen weil das haben wir ja durchgegrindet und slime balls sollten wir auch noch genug haben slime balls ja da haben wir 22 jawohl so das können wir hier auf jeden fall schon mal durch hauen dann brauchen wir noch für das leistens weiß brauchen dafür da brauchen wir nether quartz oder nether quartz pulver lapis dust und organic black die wie stehe ich den her ok dann nehme ich kohle pulver und ein slime ball gut sehr gut kohle pulver slime ball ergibt zwei jawohl gut dazu pulver haben wir noch kohle pulver kohle kohle einen haben nur ok eins nehmen wir auf jeden fall mal raus den rest pulverisieren wir mal dadurch dann brauchen wir lapis pulverisiert ja auch noch so haben wir zehn organic die das reicht für den anfang dann holen wir uns da mal ein bisschen lapis heraus zack 32 ganz geschmeidig dann genau das jagen wir auch dadurch gut lassen wir das mal durch jagen und klingen lapis da rein so haben wir noch netter ja haben wir noch ein bisschen was dann brauchen wir dieses so 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 das hier brauchen wir ok gott sei dank gibt es 6 powder immer raus zack zack den netter black das können wir auch schon herstellen machen wir das da rein so und als nächstes mal kurz können wir slime bons eigentlich so herstellen s so so und als nächstes warte kurz können wir slimeballs eigentlich so herstellen slime junk wie griechen slime junk die mob junk zombie junk okay und wie krieg ich den ja aber wie kriegt in zombie junk crafting ja lustig bist zombie junk wie krieg ich denn woher trotz ok drauf chance von 30 prozent hat der gut nehmen wir da noch mal das hier raus haben wir zwei schon mal jawohl wie viel kohle haben wir da noch drinnen ok ja das reicht uns zwei jetzt brauchen wir noch das lapis aber noch mal zwei ein lapis zweites lapis sollte reichen und jetzt sollten wir uns das schon herstellen können ein black zwei lapis jawoll sehr nahe ist ein blick und zwei lapis bis bitte noch danke dann haben wir das daran haben wir zwölf von dem gut jetzt wir wollten ja das slice and spice haben genau dazu brauchen wir eben den alloys melder und simple machine case sollten wir ja machen können jawohl dann brauchen wir den simple machine case und das müssen wir im alloys melder durch schmelzen das und eins von dem hier jawohl dann was brauchen wir noch wir brauchen slice ob sie leisten spice dazu brauchen wir den stemmer gerade her das hier brauchen wir und wie stellen wir das her das ist jetzt frei ok also alloys melder schätze ich mal ja im alloys melder in soul sand und gold ingot geht soll sein und gold ingot gold ingot gold ingot und so sind habe ich kein soul sand das ist natürlich ein problem kann ich mit netter essenz herstellen und das kann mit netter cluster ok da brauche ich so gut das heißt wir müssen noch mal ganz kurz in den netter und uns soul sand holen den haben wir durch gut dazu lege ich aber mal schnell alles ab was ich dabei habe weil nicht dass mir dann irgendetwas verloren geht was ich brauche das wäre höchst ärgerlich irgendwas wichtiges gut dazu brauche ich eine shovel aber mal die dir schaufel wir haben ja genug die es im moment gut dann schauen wir mal hier können wir noch schnell abernten schnell essen die potatoes können wir auch abernten die eisenessenz muss man natürlich wieder abbauen gut die essenzen haben wir mal schnell da rein zack und die potatoes nehmen wir mit für nahrung gut dann gehen wir mal schnell in den netter hinein zack 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 und holen uns ein bisschen soul sand so sind und netherrack brauchen wir dann können wir uns auch die essenzen von netter herstellen da haben wir ja direkt soll sein dem baum mal schnell ab ob es bist du eine biene oder sowas keine ahnung was das war und falls ob sie zack 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 mal ein bisschen so sind abgebaut geht ja gott sei dank ganz kurz ganz hurtig mit der dia schaufel das ist ja alles kein problem haben wir ganz schnell abgebaut zack 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 jawohl nehmen wir mal ein bisschen was mit gut zack 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 also wir müssen echt unser essenzfeld ausbauen habe ich das gefühl also dass man mehr von den essenzen gehen das wird das erste projekt sein dass wir ein feldvolle essenzpflanzen haben weil das ist halt echt der grundstein dafür dass wir dann die anderen pflanzen herstellen können und wenn wir das nicht haben dann schaut es nicht gut aus gut also das wird das erste sein was wir automatisieren mit unserer farm sage ich jetzt mal dass wir halt wirklich ja dass wir die ganzen essenzen kurz dann kannst du das nicht zersprengt das portal ich hätte nämlich nicht zurück können wir müssen dran denken wir müssen immer ein feuerzeug mitnehmen denn sonst könnte es sein dass wir im netter gefangen sind so das können wir übrigens auch mal wieder einstellen dass es reinziehen soll damit unsere erzmaschine wieder funktioniert so gut was wollte ich machen das kann man genau ich wollte den netter cluster herstellen dazu haben wir zwei von denen kann ich das nicht dran legen hallo ok anscheinend ist ein bisschen verpackt oder es ist voll alles wird voll sein habe ich keine plätze mehr frei ok wir müssen uns wieder neue storage cells kraften auf jeden fall kann ich das ja zeigt zutage 2 3 4 zack dann das sieht es wollte ich erstellen das jetzt dazu brauche ich diese ist das teuer ist das teuer okay aber da machen wir zuerst mal die farbe senzen auf jeden fall zuerst naja darf ich nicht reinlegen das darf ich auch nicht voranlegen okay gut gold wollten wir gold gut gut das müssen wir gemeinsam mit nether mit soul send da reinpacken genau und das stellt dann her gut wie es weitergeht erfahrt ihr der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne ein like da wenn dem so ist lasst doch gerne ein abo da wenn ihr nichts mal verpassen wollte und in diesem sinne macht's gut bis dann und